Ich begrüße euch zum vierten Teil des NATS-Tutorials. Dieses Mal möchte man ein Cluster aufbauen und damit eine hochverfügbare Lösung schaffen. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Ich starte einen Knoten hier im Cluster. Dieses Mal gebe ich eine Option an beim Start vom NATS. Ich mache es mal einfach. Ich verwende jetzt einfach mal für jeden Knoten im Cluster eine aufsteigende Nummer, also eine Portnummer 1001, 1002 und 1003. Das mache ich, weil ich alle Knoten hier auf diesem Rechner starte. Dann gebe ich ihm hier so eine Clusteradresse an. Die dient dazu, damit sich andere Knoten hier einklinken können. Ich habe jetzt einen Cluster mit einem Knoten und ich gehe einfach mal her und führe hier jetzt einen Producer aus. Der ist jetzt größer als die Beispiele, die wir bisher hatten. Das liegt daran, dass ich hier beim Aufbau der Verbindung einige Händler übergebe, die einfach Print-Methoden enthalten, Print-Aufrufe und dann ausgeben auf der Konsole, was so passiert, wie beispielsweise Disconnect, Reconnect. Ja, das eigentliche Programm ist recht simpel. Das ist hier unten wieder eine Endlosschleife und in dieser Endlosschleife legt er alle zwei Sekunden eine Nachricht auf den Cluster. Ich starte jetzt einfach mal das Programm und ihr seht, er sagt hier Sending 0, 1, 2 und so weiter. Und davor haben wir noch eine Ausgabe, dass er sich mit diesem einen Knoten verbindet auf 1001. Jetzt starte ich in einem anderen Fenster einen zweiten Knoten auf dem Port 1002 und gebe hier an, dass er den ersten Knoten unter dieser Adresse findet und damit können die sich finden, ein Cluster aufbauen. Und da sieht man auch da schon Root Connection Created. Und wenn ich jetzt auf die Konsole des ersten Knotens schaue, dann sehe ich, aha, ja, er hat jetzt mit diesem anderen eine Connection aufgebaut. Ich werfe einen Blick auf die Ausgabe des Producers und da seht ihr, er hat ein Ereignis, ein Server entdeckt, ein Discovery Ereignis und da sagt er auch schon, ich habe jetzt, ich kenne jetzt den 1001 und ich kenne den 1002. Da fehlt jetzt nur noch ein dritter, das klitzig gleich hier nochmal. Ich starte ein dritter Knoten, der hat sich auch schon gleich mit den zwei anderen verbunden und man sieht es auch in unserem Producer-Server entdeckt und erkennt jetzt alle drei Knoten. Jetzt nehmen wir noch einen Subscriber hinzu und der Subscriber, der verbindet sich jetzt einfach mal gegen den dritten Knoten. Also der Publisher, der schreibt gegen den ersten Knoten und wir lesen jetzt vom dritten Knoten. Ich habe hier wieder einige Händler dabei, die einfach eine Ausgabe machen über die Dinge, die so passieren. Und ansonsten besteht dieser Subscriber nur aus einer Schleife, die ausgibt, was denn gerade so reinkommt. Also ich starte den mal, diesen Subscriber und schaue dann mal, ob er die Nachrichten bekommt. Und tatsächlich, er bekommt die Nachrichten, obwohl er mit dem 1003er verbunden ist und der Producer an den 1001er die Nachrichten schickt. Also es findet ein Routing statt, der Nachrichten zwischen den einzelnen Knoten des Clusters. Verfügbarkeit. Was jetzt nicht fehlen darf, ist der Ausfall eines Brokers. Der Publisher geht gegen den 1001. Dann schieße ich doch einfach mal den 1001 ab. Zack. Aus ist er. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Also er kriegt jetzt ein Disconnect-Ereignis. Connectet sich wieder. Ihm stehen jetzt zwei Server zur Verfügung. Er nimmt den ersten. Alles wunderbar. Wie sieht es beim Subscriber aus? Ja, der ist nicht betroffen. Der geht ja gegen den Dreier. Jetzt lasse ich den Zweier beenden. Okay. Und schaue nochmal auf den Publisher. Der kriegt nochmal ein Disconnect-Ereignis. Und dann verbindet er sich einfach mit dem letzten zurückgebliebenen Knoten. Die Admins waren fleißig. Die haben vielleicht wieder die Server recovered. Das mache ich hier auch mal und starte die einfach wieder frisch. Der Knoten 1 ist wieder hochgefahren. Ihr seht, dass er sich verbunden hat mit den beiden anderen Knoten. Der Cluster ist wieder in all der Stärke da und steht zur Verfügung. Ja, danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal schauen wir uns die Mandantenfähigkeit an. Wie kann ein Nats-Cluster in der Cloud für viele Kunden zur Verfügung stehen? Ich würde mich freuen, wenn du ein Like da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas.